Hier ist das Hotel Crystal Imperial Hotel in Jaipur, India. Mein Name ist Soham. Wer ist da? Hallo? Verzeihung. Hallo? Hallo? Die Verbindung ist nicht gut. Billiger Flatrate. Hallo? Können Sie mich hören? Ja, ich höre Sie. Jaipur, in Indien? Ja, genau, genau. Also die Sache ist, ich weiß nicht, was ich tue mit den Sachen Ihres Vaters. Was? Ich habe hier eine Nummer von der Deutschen Botschaft. Sehen Sie seine Tochter? Mit den Sachen von meinem Vater? Das muss ein Missverständnis sein. Mein Vater ist nicht in Indien. Doch, doch, das ist er. Ich habe dein Passport hier. Wilhelm Krüger, geboren am 4. August 1945. Er hat ein Zimmer hier. Er wollte einen Ausflug machen. Das ist schon eine Woche her. Und er ist noch nicht zurück. Können Sie mir bitte nochmal den Namen Ihres Hotels sagen? Hotel Crystal Imperial Hotel in Jaipur, Rajasthan, India, Asia. Crystal Imperial Hotel. Ja, das habe ich. Und Sie sind? Was ist passiert? Wir kümmern uns, ja? Danke. Das verstehe ich nicht. 建